Guten Morgen und willkommen zurück zu Ratchet & Clank Rift Apart. Hier direkt stehen geblieben bei einem bisschen Zucker und wir kaufen uns jetzt die erste Waffe fürs Game. Dr. Nefergus hat gerade den Dimensionator gestohlen, mit dem wir eigentlich, oder den Clank uns geschenkt hat, damit wir eigentlich unsere Familie wiederfinden können. Ja, war klar, dass das in die Hose geht. Wir starten jetzt direkt rein, Waffe kaufen und dann holen wir uns zurück. Ich würde mich natürlich zu Beginn über einen Daumen nach oben und einen Kuss uns aber mega, mega freuen. Danke für den Support, vorab Schmetterbombe, der Vollstrecker oder Blasterpistole. Äh, das war der Granathandschuh, ne? Ich spüre, die macht das... Okay, ich nehme den hier. Schmetterbombe, ja, ist das Granatding, das will ich haben. Der ging ziemlich gut. Nice. Ja, sollen sie kommen. Dann können wir direkt mal unsere Granaten testen. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Let's go. Ah, ich habe nur sechs Stück. Okay, müssen wir ordentlich oft benutzen. Genau, Dreiecke. Oh, 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 knapp. Pum, 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 pum. Die Animation von den Gesichtern, wenn wir nicht trinken, die sind so lustig. Meißenstein. Na, bevor es abgeht. Erstmal alles hier aufsammeln. Wir brauchen alles. Äh, 26, das heißt, wir können die nächste Waffe noch nicht kaufen, ne? Okay, erst mal alles abchecken. Okay, Touchpad war die Map, ne? Genau, alles klar, easy. Nach vorne sind sie. Die Waffe ist so schlecht in dem Zustand. Die muss dringend, dringend, äh, geupgradet werden. Weg mit dem Dimensionator, Nefarius. Weg mit dem Dimensionator. Ja, klar. Heute lernt ihr, wie sich Verlieren anfühlt. Spoiler. Es ist vermöden. Sobald ich dieser blöden Koordinaten habe. Sag le wohl. Das Multiversum ist eröffnet. War dumm von uns. Hätten wir besser nicht gemacht. Wir könnten ein kleines Problem haben. Die Brücke ist zerstört. Es muss einen anderen Weg gehen. Hm, die Spalten reagieren auf das Phasenquarz in deinem Handschuh. Richte ihn doch mal auf einen davon. Ja, machen wir sofort. Dieser Übergang ist so smooth. Ab, hoch da. Oh nein, da kommen sie. Da sollen sie kommen. Der Entdeckerdrang kickt direkt wieder bei mir rein. Es tut mir leid, mein lieben Freund, da draußen. Ich muss aber in jede Ecke mindestens einmal reinschauen. Oh, da die 100. Zack. Geiles Design auch. Okay, passt auf. Wir machen den hier. Wow, die Menge. Nice. Ich glaube die Granaten, das sind meine Favoriten. Das sind meine Favoriten. Ich will die aufs Maximum leveln. Kann ich mich irgendwie hier rüber saugen? Nee, ne. Okay, gehen wir weiter. Ich würde natürlich auch gerne die ganzen großen goldenen Bolschschrauben irgendwie finden. Das wäre ziemlich cool. Da scheint aber nichts zu sein. Okay, ziehen wir weiter. Okay, das hat gar keinen Sinn gemacht. Von hier gefühlt kommen wir. Ja, von da kommen wir. Anti. Ah, ich wollte ihn befreien. Ich wollte ihn befreien. Das ging nicht. Jo, die werden in die andere Dimension einfach reingezogen. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Von oben sagt er. Ah, tatsächlich, ja. Ah, Kanonenfutter. Kanonenfutter, die kleinen Piranha. Ich hier. Mein Gott. Komm, Junge. Ah, diese Spiele, ne. Man kann das nicht oft genug sagen. Man kann es nicht oft genug sagen, wie fantastisch schön dieses Spiel einfach nur aussieht. Das war ein großer Oktopus. Können wir hier rein? Nope. All right. Habt keine Panik, Bürger. Ne, ne, wir verpassen uns nicht. Keine Sorge. Aber. Erstmal kurz abchecken, was es hier noch so gibt. Ah, das ist so geil von Klenk, ne. Dass er das für Reddit eben tun wollte. Ich bin nett von dir, aber ich. Wieso holen wir ihn nicht erst von Nefarius zurück? Aber Rainer. Untertitel müsste jetzt auch endlich mal angestellt sein. Habe ich eigentlich vor dem Stadt des Games getan. Aber anscheinend wollte es nicht angenommen werden. Okay, da kann man auch, da kann man auch mit Sicherheit hin, oder? Ja. Okay, da oben ist definitiv was. Könnten wir eventuell hierüber schaffen. Ah, da kommen wir nicht hoch. Da kommen wir nicht hoch. Ah, doch. Nice. Raritanium. Sammeln Raritanium, um bei den Händlern eine Waffe aufzurüsten. Nice. Genau, das brauchen wir nämlich für den Handschuh gleich. War schon noch rübergesaugt, optimal. L3 sprinten, ja. Sag an, Spiel. Sag an. Mahlzeit. Mahlzeit. Das müsste unser Taxi sein, da vorne, ne? Aber erstmal gehen wir hier rein. Okay. Oder, oder, oder. Gibt es hier oben noch was? Nope. Let's go. Nefarious. Nefarious. Diese Spalten. Boah. Nefarious hat sich eindeutig übernommen. Was ist das? Whoa. Hey. Okay. Mrs. Zucker. Einen kurzen Altma. Der Vollstrecker. Vollstrecker. Äh. Die Schmetter. Genau. Blasterpistole. Die haben wir auch. Mhm. Der Vollstrecker. Machen wir kurz die Vorschau. So eine Art Schrot mit nur zwei Schuss, ne? Ich fülle mal die Munition auf komplett. Und dann... Upgraden geht noch nicht. Upgraden geht noch nicht. Wir sparen erstmal. Wir machen den sparsamen Ratchet. Let's go. Ist doch der Nefarious wirklich das Alp? Den Jahren wieder aufgetaucht. Luten schon wieder das Universum zu erobern? Ja, so sieht's aus. Aber ich wünsch mir, er würde sich dümmer dabei anstellen. Also dümmer als Nefarious kann man sich doch gar nicht mehr anstellen. Ah, geil. So, eine Granate noch für dich. Der lebt immer noch, oder? Ne. Ah, stimmt. Dreieck, ne? Dreieck ist... Oh, Stufenaufleg. Das Schnellwechsel, ne? Ja. Das ist so cool. So, haben wir noch einen hier. Gut gemacht, Ratchet. Nur dank deiner Hilfe, Kumpel. Merci. Bezahlte Elternzeit, Beste. Ich spreche aus Erfahrung. Okay, wir müssen seine Abwehr schwächen. Nicht in die Bombe noch mal. Na? Oh, die hat gescheppert. Ganze 2% Schaden. Okay, da zieht er sich ein bisschen zurück. Kein Problem hier. Ich habe irgendwie mein Gefühl, ich habe schon irgendwas Wichtiges übersehen hier. Schwimmt im Schraubenschlüssel ins Gesicht rein. Okay, wo war der Däsch? L2? Ne. L1? Oh, ne. E1? Okay. Ne, E1 ist auch Waffe wechseln. Na, okay. Das war dumm. Na, da öffnet sich schon was in seiner Luke. Dann schickt halt neue Schergen. Gar kein Problem. Jo, der sieht aus wie von, ähm, wie heißt es Ghostbusters, oder? Oh, ich wollte es testen. Für die Wissenschaft. Yo, alles neu. Ach, hör doch auf, Mann. Göttlich, ey. Göttlich. Jo. Boah. Komm mir gerade vor wie hier bei Dr. Strange, ne, wo der hier durch die ganzen Dimensionen abfliegen ist. Tja, ganz bestimmt nicht gut. Super. Ja, diese, diese, diese Übergänge, das ist so smooth gemacht alles. Klocken. Ey, rotes Fass, warum explodierst du nicht? Jo. Ratchet! Der Dimensionator! Ratchet? Oh je. Mein Arm. Und? Nein. Der Dimensionator, er. Was habe ich getan? Was hast du getan? Wer bist du? Jemand mit vielen Fragen. Komm erst mal mit. Na, warte. Ich muss meinen Freund finden. Ich bin's. Ich bin's. Es hat geklappt. Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Es ist göttlich. Ratchet and Clank, Rift the Pants. Nice. Manchmal muss man auch ein Game echt zwei, dreimal zocken, damit sich das einfach so richtig entfaltet. Das kommt gerade so geil. Clank? Ein Lombax? Wo bin ich hier? Suche nach Clank. Und wir sind in der anders Welt. Ratchet. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir das Video erstmal hier. Im nächsten Video geht es dann genau hier an Ordnung. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch. Da kostenlos, aber würde mich super, mega freuen. Kommentar wäre auch noch absolut genial. Und dann wünsche ich euch noch einen besten Tag überhaupt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video hier an Ordnung. Schnell wieder. Ciao. Ciao.